Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen das 142. Level von Ägypten, Kleines Grab. Es ist zugleich das 10. Level mit Bezug auf die Göttin Hathor. Wir spielen das 14. Level mit Bezug auf die Göttin Hathor. Das war's dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert das Glöckchen, um zukünftig auch keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.